Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob er uns entgegenkommen kann. Oh mein Gott. Ob uns irgendjemand jetzt... Äh... Äh... Wie? Okay, hier geht es anscheinend nicht weiter. Dafür geht es aber hier weiter und... Äh? Was? Oh oh, das sah nicht besonders nach Gute-Nacht-Geschichten aus. Oh mein Gott. Aber voll gut gemacht, habt ihr gesehen? Danach ist das Licht ausgegangen. Es werde Licht. Whee! Okay, hören wir auf mit dieser Kinderkacke und bleiben ernst. Ja, Toastbrot. Spaß. Hier gibt es eine Tür, ich würde gerne rennen, aber irgendwie kann man hier nicht rein. Dafür gibt es aber hier ein Loch in der Wand kriechen. So. Wah! Oh mein Gott. Ja, Ratte. Oh Gott, ihr Ratten. Irgendwann, weiß ich nicht, was ich mit euch machen werde, aber irgendwann... Ha! Äh... Speicher dein Spiel. Ohne eine Aufzeichnung ihres Spiels, also was, ihres Spiels, wird niemand über ihr Schicksal erfahren. Speichern sie das Spiel, wenn sie sich dem alten Tonband-Rekorder nähern und drücken sie X. Cool. Der ist ja auch noch voll so, wie sagt man... Oh, wie sagt man dazu? Nägel und eine Gesundheitsinjektion. Wie ein Kassetten-Rekorder, ist ja voll so... Ähm... Ja. Wobei... Ach. Nein, okay. Speichern wir einfach auf Sword 2. Soll... Was sollen diese gespeicherten Daten gespeichert werden? Ja. Was sollen diese gespeicherten Daten gespeichert werden? Da stand gerade nichts mit Überspeichern, oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Egal. Okay, auf jeden Fall wird das hier gespeichert und... Äh, hat's hier gerade irgendwie geklingelt? Oder... Oder hab ich gerade irgendwie voll die Wahnvorstellungen? You are an idiot! You are an idiot! Da-da-da! Spaß. Hä? Ohne Witz, hier klingelt was. Knacken sie das... Was stand da? Knacken sie das Schloss zur Tür. Das hier. Äh, knacken. Mit einem. Moment. Ähm... Das sieht ein bisschen aus wie in Sword 2. Das mit... Äh... Was? Moment. Hier war was gerade. Puzzleteil aufheben. Du hast ein Puzzleteil gefunden. Woohoo! Yeah, jetzt machen wir einen Freudenstanz. Einmal bitte im Kreis drehen. Komm schon. Ach, der kann sich gar nicht so komisch im Kreis drehen. Weeeeee. Okay, nein, okay. Lassen wir das und versuchen hier weiter knacken. Okay, wie knack ich das? Äh, bewegen. Geschwindigkeit. Äh, was? Äh, hallo? Was? Äh? Nein? Äh... Was muss ich hier bitteschön tun? Knacken. Äh... Okay, Moment, warte mal. Ah, okay, ich muss durch... Nein. Fuck. Und du bist so blöd dafür, ey. Ähm... Äh, das geht doch gar nicht. Hallo? Nee. Ähm... So, so... Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Das geht zu schnell, das... Ey, sag mal. Jetzt werde ich doch hier nicht abkacken, oder? So, so, so. Was? Nein, ich bin gar nicht rangekommen. Das bin ich gar nicht. Nein. So, Moment. Ähm... Kann es sein, dass es leichter wird? Was? Sag mal, ich war doch schon am Loch dran. Also, bitte. Ja, und was jetzt? Was jetzt? Bitte, was sollte ich gerade eben tun? Sagt es mir. Wenn einer das weiß, dann... Super. Nee, das scheint jetzt einfach zu sein, oder? Scheint es nur so, oder verkacke ich jetzt wieder? Wuhu! Hahaha. Oh Gott, hier redet jemand. Ich hab das Loch nicht gefunden. Hahaha. Ich hab gefunden gesagt. Haha, Spaß. Äh... Ganz langsam. Hey, da ist jemand. Lebst du noch? Hallo? Ich hab ganz viele Süßigkeiten für dich. Nee. Okay. Der ist wohl am... Abkrepeln. Wie... Wie schön ich... Was? Oh Gott. History repeats itself. Es wiederholt sich von selbst? Ah, Geschichte wiederholt sich. Ja, genau. Geschichte wiederholt sich? Ähm... Oh Gott. Oh Gott. Oui! Oh mein Gott. Wie? Das war wirklich ziemlich knapp. Oh mein Gott. Mit diesem Ding wurde der Genosse vor uns vollkommen... Wisst ihr noch? Durch dem Schaufenster da... ...aufgeratscht. Stimmt. Oh Gott. Da passiert was. Was passiert da? Jo. Zeit abgelaufen. Your time is over. Haha. Tja. Pech für dich. Glück für mich. Und... Wir schließen... Man kann die verriegeln. Ah, man kann wieder eine Falle machen. Nicht wahr? Genau. Die Falle zurücksetzen oder so. Egal. Ich schließe mal vorher nur so ab, damit hinter uns keiner vorerst kommen kann. Ähm... Es ist... Es speichert gerade hier, aber... Es ist alles ein bisschen sehr dunkel. Ähm... Oh mein Gott. Wieso vibriert mein Controller an dieser Stelle? Äh... Ähm... Da liegt jemand. Oh mein Gott. Was? Ähm... Ähm... Diese Musik im Hintergrund wird ein bisschen... Ohne Witz. Ich renne... Ich gehe da nicht hin. Äh, Kreis? Äh... Was? Nein! Ich habe doch Kreis gedrückt! Ohne Witz. Ich habe Kreis gedrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sag mal, wie oft sterbe ich hier? Nein! Ich will leben! Adam aus... So! Wuhu! Und... Nein! Ich will sterben! Ich bin Blond Cutie94! Für Troja! Und... Super toll! Ich habe Kreis gedrückt. Was? Hä? Hallo? Ja, also soll ich denen nicht helfen? Nö denn... Ja denn... Los! Tschüss! Nein, wenn ich in die Tür reingehen würde... Guck mal, der wird doch reingezogen, ja? Ja, richtig. Tschüss! Ne, da gehe ich ja dann nicht hin. So. Richtig. Ja? Okay, gut gemacht. Ich meine, ich würde doch in meinen eigenen Tod fallen und... Es ist nur meine Aufgabe, mein Leben zu retten. Bis jetzt heißt es nicht, rette das Leben von einem anderen oder sonst sowas. Irgendwie. Und ich meine, wenn der schon weggezogen wird, dann interessiert mich das eigentlich... Nicht, ehrlich gesagt. Es geht um mein Leben. Watch your step. Achte auf deine Schritte. Oder achte, wohin du gehst. Worauf du trittst. Ähm... Rennen sie um ihr Leben. Endlich rennen. Woo! Wir sind Speedy Gonzales. Um ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu verändern, halten sie R1 nach unten gedrückt. Rennen... Achso, gedrückt. Rennen kann ihr Leben retten, wird aber in einigen Situationen das Überleben erschweren. Rennen mit R1. Okay, gut. Oh mein Gott, hier wird gespeichert. Hier wird gespeichert. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, ich schiebe Panik, obwohl hier noch gar nichts passiert ist. Oh mein Gott! Okay, Leute, es tut mir leid. Hier ist doch immer dieser Speicherpunkt, also immer dieser Ladebildschirm. Ladebalken. Hier gibt es eine Tür, die verriegelt ist. Meine Fresse. Kameras überall. Big Brother. Wir werden überall Müllsäcke überwacht. Was kann man hier machen? Keep Elevator Doors Closed. Lasst Fahrstuhltüren geschlossen. Ja, Aufzugsknopf benutzen. So, was ist das? Wow. Wow. Ja. Ja, super. Was? Äh, was? Oh mein Gott. Was? Äh, hallo? Ich hab dir nichts getan. Hallo? Oh mein Gott. Wobei, nee, Jigsaw macht das ja immer so. Das ist alles wirklich. Ähm, ich kenne dich nicht. Also du kommst mir nicht bekannt vor. Ich will nicht sterben. Ähm, meine Nase juckt gerade. Das ist voll unpassend. Ich muss Pause machen. Ähm, ich kenne dich nicht. Ähm, ich kenne dich nicht. So, okay. Ja, pardon, Leute. Fuck. Ey, das ist unfair. Ich hab Spielstopp gesagt. Nein, was wir bringen. Er meinte, wir müssen genau aufpassen, was Jigsaw sagt. Er meinte, aber er kann, er wird erst, also er ist dir körperlich stärker überlegen. Aber, er kann, genauso wie wir, der Schwerkraft nicht entkommen. Die Schwerkraft gilt für alle. Irgendwas, wir, guck mal, er rammt doch immer nicht, wa? Wir müssen ihn irgendwo hinbringen, wo er vielleicht feststeckt. Oder wo er irgendwo gegen, ähm, genau, gegenknallt. Wo er denn, wie gesagt, festhängen kann. Oder wo er halt so doll gegenknallt, dass er eine Gehirnerschütterung und schwindelig ihm irgendwie wird. Aber wir müssen ihn ausschalten. Das ist Leben oder Tod, du... Syntaku Fox. Oh Gott, ja, Moment. Watch your step. Ey, wenn ich hier ab... Sag mal. Was? Ich hatte zwei Gesundheitsinjektionen, du Arsch, und ich habe jetzt noch eine, ne? Also das gefällt mir ganz und gar nicht. Das heißt, was kann man hier nochmal? Kann man hier irgendwas machen? Hier kann man was drücken. Oh, fuck. Ich zeigte mal dir sonst was, ja? Watch your penis, ey. So. Ah, der Schwerkraft. Kapische? Ah. Nein, du... Ey, du knallst mich da jetzt nicht runter, ja? Ich hau dir die Schnauz ein. Keine Sorge. Du wirst sterben, ja? Jeder kriegt seine gerechte Strafe, früher oder später. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst hier rein, du musst hier rein. Du... 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 Okay, ich bleib ganz ruhig. Ich mein... Was ist mir schon Großes passiert? Ich... Ich sterbe... Also... Wie oft bin ich schon in diesem Spiel gestorben? Hm? Hm? Drei, vier Mal? Weiß ich gar nicht mehr, also insgesamt, also... Finde ich das genial. Okay, also... Hm, ja. Das müssen wir jetzt bitte nicht nochmal sehen. Überspringen, danke. So, du... Wichser, kannst mich mal sonst wie... Irgendwas... So... Nein! Und... Jetzt werden wir die Spielregeln mal so machen. Du wirst mir hinterherkommen. Und... Tschüss mit dir. Good, bye! Have a nice dream! Go to hell! Haha! Ja, viel Spaß! Genau, die Schwerkraft gilt für alle. Die Schwerkraft, ja... Auf der Erde zieht nach unten. Leider. Hm. Tut mir leid, boy. So. Ähm... Okidokili. Haha! Holy moly! Hier ist eine Kamera. Hi, wollen sie mich... Ja, ich bin der Neustar. Der Manege. Ich... Ey, voll krass, Jigsaw. Weißt du, ich bin viermal gestorben. Und ich krieg immer wieder neue Chancen von dir. Das ist echt... Du bist sehr nett. Oh mein Gott! Ein neuer Raum. Wir machen mal die Taschendampe aus. Ich bin gerade ein bisschen angespannt und... ...sehr, sehr konzentriert. Weil... ...jeden Moment kann uns irgendjemand entgegenrennen. Und uns natürlich überlegen sein. Klar, Medizinschrank suchen. Eine Gesundheitsinjektion. Sehr gut. Ah, gerade haben wir beim letzten Dings auch noch gar nicht mal mehr eine... ...Gesundheitsdingens benutzt gehabt. Sehr gut. Ey, ehrlich gesagt, ich hab so Schiss, Türen zu öffnen, weil... ...hinter jeder Tür könnte eine Falle sein. Und glaubt mir, da werden wirklich viele Fallen bestimmt sein. Ähm... ...bevor ich in diese Tür reingehe. Das ist mir nicht ganz geheuer. Hier ein bisschen untersuchen und... ...nur diese Tür öffnen. So. Okay. Lichtschalter. Es werde Licht. Äh, was haben wir denn da? Tür versiegelt? Oh mein Gott, da ist eine... Ja, da ist eine Jigsaw-Puppe. Hm. Oh Gott. Äh, da leuchtet was. Aktenschrank suchen. Mach mal die Tür zu. Ach so. Nichts gefunden. Tür schließen. Ähm... Okay, dieser Raum... Es scheint sonst... Diese Tür ist verriegelt. Es scheint sonst... ...in Ordnung zu sein. Okay, dann werden wir... ...vorsichtig... ...hier reingehen. Alter, das ist dunkel. Da leuchtet was. Lichtschalter. Okay, gut. Ähm... ...Aktenschrank. Ein Koppler. Mhm. Äh... Was sind das für Geräusche? Donnert und gewittert es etwa gerade draußen? Ähm... Überall sind solche Uhren im Raum? Hm. Okay, also hier scheint es... ...in Ordnung zu sein. So. Äh... Was? Habt ihr das eben gehört? Oh mein Gott. Das klingt nicht gut. Ähm... Puppen. Puppen. In jedem Bereich befindet sich eine Puppe. Puppen. Die sie finden müssen. Sie sind mit Jigsaws hinter... Hm? Oh Gott, das ist ein bisschen klein geschrieben. Muss ich ehrlich zugeben. Sie sind mit Jigsaws hinterhältigsten Puzzeln verriegelt. Es ist in der... Achso, es ist nicht erforderlich, diese Puppen zu sammeln. Jedoch belohnt Jigsaw diejenigen, die ihren Wert schätzen. Okay, so wie ich das jetzt, ähm, gerade verstanden habe, ist das halt wie ein Bonus. Wenn wir es schaffen, in diese Tür reinzukommen, dann... Wenn wir es schaffen, zu dieser Puppe hineinzugelangen, dann... Weiß ich nicht. Vielleicht können wir denn noch ein, zwei Gesundheitsinjektionen abkratzen. Aktivieren Sie den Verteilkasten. Ziele. Wir haben einen Koppler. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ja. Hm? Super. Finde ich echt genial. Ne. Die Tür ist natürlich verriegelt und... Ja. Hier ist der Boden mal einfach so weg. Oh mein Gott, was geschieht hier noch? Oh mein Gott, auf jeden Fall gab es hier noch einen Raum. Alter Tonbandrekorder. Wuhu! Das bedeutet, wir können... Jo, das heißt, in diesem Raum können wir speichern und das werden wir auch direkt tun. Oh, ich habe so viele... Dinger. Ja, aber speichere ich es hier, ne? Ja, natürlich. Bitte überspeichern. Und... Zurück. Okay, speichern erfolgreich. Okay, ich denke dann somit, dass ich hier die erste Folge von Let's Play Sword 2 beenden werde. Ich habe sehr, sehr Angst, weil ich mich komplett in diesem Spiel und auch generell in Spielen hineinversetzen kann und auch werde. Und... Hier geht es halt um Leben und Tod, also... Haha. Man sieht ja auch schon, wie oft ich gestorben bin. Nun gut. Ja, ich werde dieses Spiel wie alle anderen Let's Plays machen. Ich werde... Wenn ich Lust und Zeit habe, das einfach aufnehmen. Genau. Ähm... Ja, somit verabschiedet sich das Toastbrot nun von euch. Yo. Die letzten Abschlussworte sind also nun Hakuna Matata und Oroa.